Da liegen sie, meine Lieblings Fixed EDC Messer von 2018. Das klassische Udo Poco in ATS 34 Rostträger Stahl mit modifizierten Poco Anschliff. Daumenrampe statt Gymping und Fingerschutz unten statt Gymping. Funktioniert auch für leichtes Betonung. Nummer 2 ist dieses in H1 oder O1 Rostfreier Stahl oder Extremrostträger. Das habe ich gerne auch beim Baden dabei und es trägt so gut wie gar nicht auf. Mit Kydex Nummer 1. Das kleinste in der Udo Poco Familie. Und das habe ich so gut wie immer dabei, wenn ich ein Fixed Messer dabei haben will. Kann man wunderbar hier greifen mit drei Fingern und Druck aufbauen. Bei ziehenden Schnitten oder bei feinen Arbeiten so angefasst und sehr kontrolliert arbeiten. Ich liebe das Teil und das wäre Nummer 1. Wenn ich analog wie du allerdings das EDC wegnehme, dann muss ich auch ein Küchenmesser nehmen. Also ist es natürlich kein Küchenmesser. Es ist aber bei mir seit einem halben Jahr in der Küche. Das ist ein Irkutski, also Sibirisches Messer aus Karbonstahl. Hier sogar noch die Schmiedehaut. Das im speziellen Schmiedeverfahren in der Mitte gehämmert wird. Und dadurch selektiv in dem Bereich auf 61 Rockwell hart ist. In dem Bereich wieder etwas weicher, damit die Spitze nicht abbricht. Die aber erst im letzten 4-5 mm sich verjüngt. Und in dem Bereich, damit es flexibel bleibt und nicht bricht. Dieses Messer ist einfach eine Wuchtbrumme. Und wenn ich die Prüfungen fertig habe, werde ich das auch ausnehmen. Und werde dann irgendwann ein Fazit-Video machen. Also Andi, das ist meine Videoantwort für dich gewesen. Und ich wünsche dir ein gutes Jahr 2019. Ich wünsche dir ein wenigstens ein, der ich vorhin sehen. Und dann mache ich es aber auf einem Punkt. Und dann lähe ich das dann mit einem weiteren Knopf.